Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Refactor Legend of the Green Dragon. Mein Name ist Vitali Mik und ich refactore hier ein altes PHP Spiel Legend of the Green Dragon. Das Ganze mache ich, weil ich gerne üben möchte, wie man einen Legacy Code vernünftig refactort. Ich möchte herausfinden, ob es eine allgemein gültige Lösung gibt, wie man einen Legacy Code wiederherstellt, refactort, ohne es komplett neu schreiben zu müssen. Der aktuelle Code besteht nur aus Funktionen und da sind keine einzigen Klassen drin. Denn alles ist über Includes und Globals und so weiter eingebunden. Das ist also sozusagen das Worst Case Szenario. Und meine Idee ist es jetzt erstmal die ganzen Funktionen in eine statische Klasse zu übertragen, damit ich automatisierte Tests dafür schreiben kann. Und die Funktionen anschließend dann bearbeiten und mit den Tests stelle ich dann fest, ob irgendwas kaputt gegangen ist oder nicht. Sprich als Voraussetzung für mein Refactoring Projekt muss ich auf jeden Fall sicherstellen, dass alles getestet ist. Und um das zu sehen, benutze ich hier das phpUnitCodeCoverageReport und sehe dadurch, wie viel Prozent meines Quellcodes getestet ist. Das war jetzt so eine kleine Einleitung. Aktuell bin ich dabei, für die Klasse ModulesPHP die Tests zu schreiben. In der letzten Folge habe ich jetzt angefangen, die Funktionen ein bisschen zu testen und herauszufinden, wie die eigentlich so funktioniert. Wie du hier sehen kannst an der Seite, sind diese Zeilen Code hier bereits mit Tests abgedeckt. Und hierfür werden wir heute Tests schreiben. Eventuell. Ich muss jetzt mal gucken, wie aufwendig das Ganze hier sein wird. Vielleicht wird das sich noch weiter strecken. Wenn dir meine Serie gefällt und du dabei auch was gelernt hast, dann gib dem Video doch ein Like. Abonniere auch meinen Kanal und aktiviere auch noch die Glocke, damit du keine weiteren Folge verpasst. Heute werde ich wohl die Datenbank mit Testdaten befüllen und dann anschließend diese einzelnen If-Else-Blöcke hier abarbeiten. Und wie du hier schon sehen kannst, ist das schon ganz schön viel Quellcode. Also eventuell wird sich das Ganze nochmal aufsplitten in mehrere Folgen. Am liebsten hätte ich aber natürlich, dass ich die Datenbank hier gar nicht erst benutzen würde in diesen Tests. Leider ist das hier nicht so einfach möglich. Also wahrscheinlich müsste ich dafür extra eine Folge machen, wie ich die Datenbank mocke mit In-Memory-Datenbank oder sowas. Ich glaube, ich lasse es aber jetzt erstmal an der Stelle. Vielleicht geht es irgendwann nicht anders, dann werde ich das auch umsetzen. Zunächst mal will ich mir die Datenbank anschauen und ich möchte mal angucken, was da eigentlich so in der Tabelle drin steckt. Wir haben auch keine Beispielmodule aktuell aktiviert, sodass ich auch nicht irgendwie was kopieren könnte. Aber ich glaube, die Datenbank-Felder sind eigentlich selbsterklärend. Dann würde ich mal sagen, wir legen mal los mit dem ersten Test. Achso, ich sehe hier, dass ich hier nicht einfach nur die Modules-Tabelle benutzen soll, sondern auch die Module-Hooks. Was steht denn da drin eigentlich? Module-Hooks. Da gibt es den Module-Name. Es wird hier über dem Namen gejoined. Es wird hier tatsächlich ein nicht-numerischer Wert benutzt, um zwei Tabellen zu joinen. Na gut. Okay, das bedeutet, ich brauche zwei Einträge. Ein Eintrag natürlich in der Modules-Tabelle und ein in Module-Hooks. Okay, den ersten Test werde ich für diese eine Zeile schreiben. Und zwar, so wie ich das hier verstanden habe, gibt es pro Modul mehrere Hooks. Und man kann in dem Hook einstellen, dass dieser Hook nur in dem Modul aufgerufen werden soll. Ansonsten wird er geskippt und dann werden hier weitere If-Else-Statements ausgeführt. Den heutigen ersten Test nenne ich dann Test Can Skip Hooks for Modules. So, ich habe den Datenbank-Eintrag hier eingetragen in die Tabelle, damit ich mein Insert Into Query mal rüber kopieren kann. Der steht jetzt hier unten. Und den kann ich einfach mal markieren, kopieren und dann in meinen Test eintragen. Ich weiß aber aktuell nicht, was Type, Extras und Kategorie bedeutet. Ich werde wahrscheinlich das aber später herausfinden. Hier ist also mein Insert Into Query, was ich gerade kopiert habe mit meinen Testdaten. Und das versuche ich mal als erstes mal einzutragen in die Datenbank. Vorher muss ich aber diesen Eintrag hier löschen. Als erstes will ich mal versuchen, ob ich überhaupt den Insert Into Query eintragen kann über den Test. Weil es kann ja sein, dass hier schon wir zu Problemen kommen. Okay, hier steht jetzt einfach nur, dass da keine Assert Methode aufgerufen wurde. Ich aktualisiere mal die Datenbank. Ne, es wurde auch nichts eingetragen. Ich teste das Ganze mal so, dass ich hier ein MySQL-E-Result zurück erwarte. Okay, ich kriege hier ein Array zurück aus DB Query. So, weil ich das hier tatsächlich schon mal gemockt habe in einer anderen Folge. Hier wird die DB Rapper Array Methode benutzt. Vielleicht sollte ich das auch weiterhin beibehalten. Vielleicht brauche ich mir gar nicht die Mühe zu machen und die Daten in die Datenbank einzutragen, sondern kann jetzt direkt meine Fake Arrays ausgeben aus der Function. Weil was wird hier erwartet? Hier wird erwartet, dass DB Fetch ESSOC mir einfach nur ein Array liefert mit den folgenden Array Keys. Und weil wir hier DB Rapper Array eingebunden haben in den Tests, könnte ich das auch so machen. Ich muss nur irgendwie sicherstellen, dass bei jedem Test ein eigener Result Set zurückgegeben wird. Und das werde ich wahrscheinlich über eine Globals Variable machen, weil ich habe hier sonst keine andere Wahl. Ich probiere das Ganze mal aus. Also erstmal das Insert Into brauche ich hier an der Stelle nicht. Ich kopiere diesen Bereich hier. Jetzt habe ich mal die Parameters auch anders definiert, weil ich hier hinten den Wert brauche für Only Variable. Das war ja die Kopie von der MySQL-Implementierung, die ich damals übernommen habe und die werde ich jetzt ein bisschen anders machen. Und zwar definiere ich jetzt hier über Globals die Rows und werde die einfach nur returnen. Das heißt, ich kann jetzt in meinem Test die Rows Variable belegen mit den Werten, die ich möchte und dann wird das Ganze ausgeführt, so wie ich das möchte. Also ich habe jetzt mal definiert, dass die eine Zeile ein Modul hat, der den Namen Test hat. Warte mal, das muss ich mal hier kurz entfernen. Und eigentlich sollte mein Ergebnis jetzt nicht modifiziert worden sein. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich das Ganze testen kann, dass er hier auch mit einem Continue ausgestiegen ist. Ich werde das aber wahrscheinlich sehen, wenn ich hier einen grünen Strich habe. Okay, jetzt ist das Ganze hier abgestürzt mit zu viel Arbeitsspeicherverbrauch. Wir kommen anscheinend hier in dieses if rein und hier wird dann die ganze Module-Logik ausgeführt. Dadurch kommt dann hier irgendwann zu einer Rekursion und dann haben wir hier ein kleines Problem. Ja, was habe ich hier falsch gemacht? Im Debuggen stelle ich hier fest, dass hier gar keine Rows zurückgegeben werden, egal in welchem Test. Ich inklude mal sicherheitshalber nochmal das db-Rapper-Array-PHP. Okay, nee, er steigt hier aus. In line 71. Ach hier, db-Quiry-Cached. Wo wird denn die? Ach so, hier haben wir das Problem. Es scheint wohl, dass diese Methode auch ein Array-Returnen möchte. Das heißt, ich kann hier auch sagen, global-Rows und returne die Rows. Okay, es hat also jetzt funktioniert. Davor hatten wir das Problem mit den Cached-Quiries. Jetzt komme ich hier in das if rein. Und der sagt hier, Module-Name ist nicht definiert. Und hier haben wir noch mehr Probleme. Undefine-Index-Module-Name. Wahrscheinlich muss ich noch vorher diese Rows in ein Array umwandeln, als die noch nicht gesetzt worden sind oder so. Ach okay, ich verstehe. Also hier wurde dann das Array zurückgegeben und nicht ein einzelner Element. Moment, ich muss diese Funktion dann wohl anders umschreiben. Ich habe jetzt mal die Funktion so umgeschrieben, dass ich hier mit einem Current-Index arbeiten werde und den dann jedes Mal erhöhen, wenn die Funktion db-Fetch-Assoc aufgerufen wurde. Vielleicht funktioniert das ja so rum. Mal gucken. Okay, das funktioniert so nicht, wie ich es mir gedacht habe. Also kann ich ja vorher erstmal überprüfen. Wenn ich keine Rows definiert habe, dann returne ich mal eine Null an der Stelle. Vielleicht klappt das schon. Okay, jetzt bekomme ich hier einen Fehler. Undefined-Offset 1. Das liegt aber daran, weil ich in diesem Test hier die Rows definiert habe. Und hier verwendet er sie natürlich weiter. Hier hat er auch den Current-Index erweitert. Und somit versucht er dann die nächste Zeile auszulesen. Ich muss also hier eigentlich sagen, im Clean-Up-Bereich muss ich sagen, Rows ist gleich Null nach diesem Test. Wahrscheinlich wird die Variable Rows irgendwo anders sonst belegt. Vielleicht darf ich das hier nicht Rows benennen, sondern muss das Ganze irgendwie speziell benennen. Ich nenne das Ganze mal jetzt Fetch-Assoc-Rows. Okay, daran an dem Namen liegt es nicht. Dann baue ich hier mal noch ein If ein und returne hier auch mit einer Null. So, sehr gut. Jetzt ist nur mein Test hier betroffen, den ich aktuell schreibe. Achso, weil er hier ein Translation-Namespace-Stack benötigt für den Test. Dann mache ich mal daraus ein Array oder so. Okay, der nächste Test ist dann die Language. Die hatte ich aber schon mal irgendwo definiert. Es muss in irgendeiner von diesen PHP-Dateien gewesen sein, die ich hier included habe. Okay, es scheint wohl, dass ich einmal den Translator-Setup aufrufen muss, damit die Language definiert wird hier in dem Test. Okay, sehr schön. Mein Test ist fehlgeschlagen, weil ich hier eine Fehlermeldung gekriegt habe, dass der Module-Test nicht gefunden wurde. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Wenn ich mir jetzt die Code-Coverage von der While-Schleife hier anschaue, dann sieht es wohl so aus, dass wir hier durchgegangen sind bei diesen If-Statements und hier sind wir rausgeflogen. Hier in dieses If sind wir gar nicht reingekommen. Wo kam aber diese Meldung her? Das würde mich mal interessieren, weil das muss ich ja irgendwie verhindern. Ich muss das ja irgendwie so einbauen, als ob der wüsste, dass es so ein Modul existiert. Hier haben wir die Ausgabe. Wie kommen wir hier? Achso, das kommt von Inject-Module. If-File-Exists. Ansonsten kommt dann die Fehlermeldung. Das heißt, er sucht hier in Modules nach der Module-PHP-Datei. Ja, oder ich werde hier schon mal ein Injected-Module belegen. Genau, dann werde ich mal diesen Array hier belegen, damit erkennt dann das Skript, dass das Modul existiert. Und dann hoffentlich läuft dann mein Test durch. Was kommen da überhaupt für Daten rein? Achso, da steht jetzt einfach nur ein True oder False oder wie? Ja, tatsächlich. Da steht dann einfach nur ein True oder False. Gut, dann mache ich das auch so. Ich habe jetzt in Injected-Modules den Force-Key auf 1 gesetzt und dann hier ein True eingegeben. Und mal schauen, ob das jetzt so funktioniert. Okay, immer noch nicht. Das heißt, er liest nicht aus Force aus. Also nicht aus Force 1, sondern aus Force 0. Okay, Undefined Index Function. Okay, der versucht dann anschließend die Function von dem Modul aufzurufen. Das heißt, ich brauche den Function Key hier in meinem Modul. Function wird dann hier auch ein Test sein. Undefined Index Module. Okay, wir brauchen also hier ein Modul. Achso, weil er sagt hier, wenn Function nicht existiert. Warte mal, dann bauen wir doch eine Function. Beziehungsweise ich werde hier einfach eine globale Funktion von PHP mal benutzen. Irgendwas Einfaches. Wie zum Beispiel Trim. Weil Trim existiert. Gut, mit Trim komme ich hier nicht weiter, aber vielleicht irgendein. Naja, nee. Ich muss mal eine Funktion bauen. Also wenn ich jetzt hier einfach eine Function baue, ist sie dann jetzt im Test drin. Okay, Testhook did not return an Array. Okay. Dann returnen wir mal hier ein leeres Array. Wunderbar, der Test ist erfolgreich. So funktioniert also das ganze Modul intern. Man hat eine Inject Modules Variable. Dort setzt man das Ganze auf True. Dann definiert man ein Row mit den einzelnen Tests. Man definiert eine Testfunktion. Ganz schöner Aufwand. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich die Code Coverage mal angucke? Also hier sind wir quasi rausgegangen, weil das ja kein geblocktes Modul ist. Wir sind hier in Inject reingekommen. Und so haben wir hier stückweise unsere Modulfunktion getestet. Das ist doch schon mal gut. Für heute höre ich mal auf und mache dann nächstes Mal weiter mit den weiteren Modul Hook Tests. Ich hoffe, das Video hat dir soweit gefallen. Wenn ja, dann gib doch dem Video ein Like. Und nächstes Mal geht es weiter mit der Modul Hook Funktion. Die Code Coverage ist nach dem heutigen Video auf 4,58% gestiegen. Also ich nenne das doch mal ein Erfolg. Den Code zum Video findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Falls du irgendwelche Fragen hast, dann stell sie doch bitte in die Kommentare. Ich beantworte die gerne. Ansonsten geht es hier nach diesem Video weiter in unserem Discord Channel. Schau also unbedingt dort vorbei. Den Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns also dann nächste Woche bei einer weiteren Folge Let's Refactor Legend of the Green Dragon. Bis dahin. Tschüss.